Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play ATS, dem American Truck Simulator. Und ich habe gerade mal festgestellt, wenn ich die Bremse loslasse, dann... Yay! Geht's zurück! Stopp! Oh je, oh je. Naja gut, wir hatten ja hier beim letzten Mal kurz Pause gemacht und das war ja auch gar nicht mehr so weit. Jetzt rücken wir die Dinger an. Hier brauchen wir schließlich 200 Meilen noch gut. Sehen wir zu, dass wir weiterkommen. Na, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe den Trailer abgemacht, weil ich gar nicht hatte, ist er gekommen. Und so ist er da drauf, ne? So. Andersrum, weiterfahren. Na, komm, die Fallung. Oi, 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 oi. 13 Uhr ist es jetzt. Wir haben also noch, wenn ich das recht Erinnerung habe, quasi bis heute Abend um 7 Uhr Zeit. Sollte ja zu schaffen sein. 70 Meilen sind hier erlaubt. Das ist deutlich über 100 kmh. Würde ich auch gerne mal fahren, aber die Straßen sind immer irgendwie, ja, zu schnell wieder kurvig. Und dann kann man das irgendwie nicht so richtig. Und ein krachter Ding. Oh, Mann, oh, Mann, ne? Und da hinten kommt das schon wieder ab. Oh, Mann, ne? Oh, da fehlt schon mal 60. Oh, viel mehr ist da auch gar nicht mehr zu machen, ja. Nein, 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 so schnell komme ich in die Kurve rum. Schwein, da. Ich habe dann immer, ich unterschätze doch immer das Gewicht, ne? Ich denke, ich kann noch ein bisschen bremsen. Manchmal bremsen dann auch so hart, aber da wollte er nicht. Da habe ich jetzt echt Glück gehabt. Hätte genauso gut jetzt knallen können. Hatten wir doch schon mal, ne? Ja, sicher. Boings. Dabei bin ich der Meinung, dass ich die Bremse recht hart eingestellt habe. Naja. Du, Opa. Das ist kein Düsenflieger, das ist nur eine Fliege hier im Truck. Ja, Vorsicht. Uiuiui. Ja, 30. Warum soll ich hier eigentlich da vorne schon rechts fahren? Ich kann doch auch hinten rumfahren. Ich bin nämlich, glaube ich, hier schon mal gewesen. Na, jetzt ist rot, ja? 150 Meilen noch. Ja, ja. Mir gefällt der Truck. Ich finde ihn richtig klasse. Ich freue mich drauf, wenn ich den dann endlich kaufen kann. Na, bleibst du da stehen? Oh, das Stück. So, ich bin hier schon mal lang gefahren. Da sieht man dann, dass so die Zipfelchen gelb sind von der Straße. Und da sagt mein Navi immer, fahr hier rechts. Mach ich aber jetzt gar nicht. Ich fahre nämlich geradeaus. Und zwar deshalb, um, ja, um die Strecke da eben auch noch zu kriegen. Obwohl, Fragezeichen gibt der ja nicht. Einzutom, genau so meine ich das. Oder ist das da vorne irgendwie schwer abzudringen? Ach, da ist so diese, diese Schnellstraße. Das ist ganz schön schwierig da. Das ist ganz schön schwierig da. 80 ist hier erlaubt. Das ist ordentlich heftig. Ist das denn überhaupt so richtig schön gerade? Schauen wir mal. Boah, das sieht mal ganz gut aus. Da geht so ein bisschen rechnen. Aber dann kommt er nicht so richtig in Ballung. Aber eine Aussicht. Aber eine Aussicht. 61 geworden ist schon. Ganz ordentlich. Da kommen wir vielleicht mal in den 13. Gang sogar. Ja, da kommt noch was. Da kommt noch was. Das ist schon ganz schön flossen. Das würde ich sagen. 75. Rasengeher. Geht das gut? Ja, ich habe Glück gehabt. Es ist nicht das erste Mal, dass ich heute Glück habe. Und 70 erlaubt. Ja, nee, ist klar. Boah, das war jetzt aber ordentlich eng. Ich habe gedacht, entweder mähe ich da chillen oder ich knirre stehen an. Wahrscheinlich hat er sich jetzt die Höschen nass gemacht. Ja. Da war auch irgendwie keine Vorfahrung. Normalerweise kennt doch ein Schild hier mit jetzt in den 500 Metern die Spur zu Ende. Ist hier wohl nicht, ne? Naja, wenn so ist, dann ist das so. 70 erlaubt, müssen wir die fahren. Ich glaube, 65 reicht auch, oder? Ja, die 65 sollte reichen. Jetzt haben wir die Saison ja da direkt auf der Nase. Hier ist das Draco. Richtig schön gerade. Aber das ist das, was ich vermisse. Jetzt könnte man da mal so ein bisschen mehr genießen. Und dann kommt so wieder Kurven. Ja, da könnte man doch nicht ein bisschen länger gehen. Bis so mit dem Maßstab ein bisschen eng. Ja, ich glaube, da müssen wir bremsen. Das wird mischt. Hätte man jetzt, es ist so wunderbar schön gerade, wie man am Nase sieht, aber... Jetzt fahren wir doch ziemlich langsam. Nützt ja nichts. Das ist auch gleich da, sehe ich mal, ne? 22 Meilen nur noch. Ah ja. So, das ist zwar noch nicht Ellie, aber das ist hier die Gegend schon. Ist ja halt so, dass wir manchmal so ein bisschen außerhalb sind. Schade ist, dass wir den Truck dann schon wieder abgeben müssen und wieder einen anderen kriegen. Weil wir ja noch die schnellen Aufzwege fahren. Weil wir ja noch die schnellen Aufzwege fahren. Hat ja noch keinen eigenen. So, 9 Meilen, 8 Meilen, ja. So, 9 Meilen, 8 Meilen, ja. Das sieht so nach dem Chemiewerk aus. Der Druckbehälter, Chemiewerk, ja. Passt. Gallon. So. Und schon sind wir da. Erster Aufenthalt in Ellie. Ellie. Hieß nicht eine von dem Denver-Clan so? Ja, ne? Nicht Denver-Clan, von Dallas. Ellie. Ellie-Wing. Und JR-Wing. Und Job-Wing. Was? So, wo muss ich denn? Wie sieht's denn da aus? Kann ich da schon mal was sehen? Ach, herr je. Ach, herr je. Da hab ich ja noch nie einparken müssen. Wie mach ich denn das? Am besten da hinten ruhig, ne? Versuch ich das mal. Na, mach ich aber. Also. Das ist gar nicht so einfach. Das ist schon ziemlich schwierig. Würde ich sagen. So. Ah, die Maus, die neue, die ist so ein bisschen... Ich brauch so viel weg. Naja. Die wird schon gehen. Nicht dagegen fahren. Ich muss da rumkommen. Und jetzt ganz rum, das Ding. Und dann noch mit so einer langen Zugmaschine. Oh je, oh je, oh je. Noch mehr rum. Du musst noch mehr rum. So. Ist gleich wieder anders rum. Aber gibt's noch nicht. Gibt's noch nicht. Gibt's noch ein bisschen trage. Aber jetzt. Wunder, dass ich dich da rumfliege. Und selber noch. Ne, hab ich keine Schnitte. Seh schon. Dann hat's noch keinen Sinn. Ja. Blau besucht das besser. Ja. Der ist ein bisschen draden. Der ist ein bisschen weiter weg. Kommt von der Kante da vorne. Genau. Ja. Und jetzt. Ich hab ein bisschen früher zu ziehen rum. Da muss ich schlechte Entfernungen abmessen. So. Jetzt schieben wir den mal richtig steil in den Winkel. Wie viel Platz hab ich denn da noch? Na ja. Die Zugmaschine ist auch so lang. Da macht das ganze nicht einfacher. Okay. Gibt's noch nicht da Platz? Ein bisschen. Gibt's dann reichen? Weiß ich nicht. Ja. Ja, da ist die Kante, das habe ich mir gedacht. Gut. Mal gucken, wie weit wir denn gezogen sind. Ja, aber daran sieht man, so was muss man eigentlich echt richtig lernen. Ja, aber den Vorstein hoch macht ja nichts. Das könnte jetzt was werden. Wenn wir dem nicht zu viel geben und wenn wir an dem anderen Tanker da vorbeikommen. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. So, jetzt geht man ganz rum. Die Kante schon passen mit Glück. Ah, nein. Aber gleich hat er verhoren. So, jetzt auf die Gerade ziehen. Ist ja wieder eine schwere Geburt. Nein. Ich meine, ich kann sowas eigentlich auch nur von Innensicht mit spiegeln. Aber das ist dann nochmal schwieriger und langwieriger. Und da fährt noch mehr Anläufe. Und dann wird das manchmal wahrhaftig. Ganze voll geföhnt. Nur dann ein Fahrkontakt, glaube ich, wird dann doch ein bisschen fadeln. Jetzt kommt. So, wir müssen doch reichen. Okay. Und tschüss, 3,89er, den ich so gerne fahre. Ausgeverzüglicht. Mit zweimal mordsmäßig Glück gehabt. So, die Kohle haben wir im Sack. Wow. Und wir haben den Level 5 erreicht. Das geht ja so am Anfang noch relativ zügig. Das wird später ein bisschen anders. Das weiß ich wohl. Ich bin Level 15 jetzt in meinem anderen Privaten. Und das dauerte echt lange. So, was nehmen wir denn jetzt nochmal? Fernfahrten? Ja, nehmen wir jetzt nochmal Fernfahrten. Schwumms. Und, ähm, ja, ich speichere den jetzt. Was war das jetzt hier? Folge 14, ne? Ich mach das dann so immer hier. Ah. Den können wir mal schreiben. Ende Folge 14. War doch richtig, ne? 14? Müsste. Japp. Nun denn. Wollen wir mal gucken, was wir als nächstes nehmen. Was haben wir jetzt an coole 43.000? Das ist ja schon fast ein halber Truck. Es wird ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst mir ein Like da. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dann. Bye, bye. Tschüssi. 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 Tschüssi.